ich gehe gerade in die höhle aber ich will da ehrlich gesagt nicht rein die können wir vielleicht später erkunden schalte mal so jetzt ein spitz hat hier und kupfer wahrscheinlich in einem von den ich habe leben glöcke und ich habe noch erz und verärzt man ja habe ich auch weiß nicht wie ich hier hochkommen in die ropes oder bringen die was ja schon nicht sterben jonas ich habe keine ahnung ja du weißt doch dass man damit was machen kann ich hoffe du bist im haus also ich hoffe man ist sicher und ich hoffe dass ich jetzt hier nicht verräumt okay gut es wird es wird nacht und ich muss nach hause dass mich nach hause so ganz easy übersprungen ach du scheiße jetzt kommt der monster und ich soll das jetzt machen mit 15 leben so was was und bist du plötzlich auf der anderen seite okay gut ja komm her komm her komm her komm jetzt her hallo hallo bist aber lang weg ja ich weiß stimmt wegen kleinigkeit bei den türen offen bist du des wahren ist ja ja ich bin ja auch immer tag der offenen türen oder was ja klar ich habe keine ahnung wie ich hier rauskommen soll da läuft spinnen netz wo bist du will mich jetzt nicht hoch bauen wo bist du da ich bin in der höhle oder so ich bin ein monster wir haben gerade gleichzeitig gebaut könnte sein weil ich höre ich höre ich höre ich höre irgendwie doppelt dass wir dass wir oder dass halt irgendjemand baut ach nee das ist das ist weil da okay weil da oben monster sind Alter sind die Viecher scheiße was 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 okay okay gut ich kann ja mal gucken ob ich die Kiste bauen kann ich kann den Ofen bauen ja baumal für RC und so und ich kann was ist das hier was 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 Leben regeneriert was Leben Regeneration erhöht ich kann jetzt so ein so ein Kämpfer ja man das ist so ein Lagerfeuer und da heilt dein Leben schneller soll ich das machen ja kostet 5 Fackeln und 20 Holz was habe ich jetzt bekommen Leute ich habe so viel Zeug im Inventor und was wollte ich noch machen was ist das Petroleum Fackeln oh da ist ein Stern jetzt ist der Ofen weg hey Klappe Klappe hä wo ist jetzt der Ofen hin hast wahrscheinlich in das Campfire verkraftet oder so ach so weil ich dafür für ein Fackeln jetzt brauche oder was ah stimmt was brauche ich dafür 3 Fackeln wo soll ich das platzieren ja mal einfach mal hier ich hatte ich auch schon ich kann ich kann ich kann wieder in ofen platzieren nein nicht sterben ich hab so viel zeug dabei nein 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 28 leben und ein herz wie hab ich denn den ofen platziert bitte ich hab so viel wertvolles zeug dabei gott bin ich blöd platzieren nicht mit rechts ich hab grad gedacht so komm ich nicht weit okay jonas macht zu problem bist du des wahren es alter ist jetzt nicht dein ernst wieso machst du die tür auf man meine sachen liegen da hinten wieso machst du meine tür überhaupt auf keine ahnung alter das auge das macht richtig schaden neweilig alter da jetzt schon wieder zu jetzt keine meine sachen liegen draußen echt ja dann geht tschüss was hast du da oben platziert wo was amelur fliss schließt sich die armee wegreißen was was keine ahnung ach du bist halt weil du da gestorben bist oder was ja jetzt soll es echt mein tag werden sonst überlebe ich das ach nee jetzt meine sachen wieder da draußen liegt aber nichts ja das liegt bissle weiter weg ich hab einen großen baum ach guck jetzt regeneriert das leben schneller auch gut brauche ich gerade dann mache ich wieder yolo ich will so ein schwung schwert so jetzt helf mir mal ich hab neun leben alter wenn ich jetzt tot bin ich bin jetzt einfach mal durch ja das sind meine sachen ja 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 gut alter dein ernst jetzt dein ernst jetzt oh sternschnuppel lol jetzt habe ich ein gescheites schwert jetzt kann ich die alle kippeln nein oh ich werde fast durch deine sachen durchgelatscht komm schnell ich werde fast durchgelatscht ok alt mach auf mach auf jetzt ok jetzt erstmal die truhe ins oberste stockwerk ja ja